Dann wollen wir doch mal schlafen gehen und uns morgen den wahren Täter schnappen Oh Da ist keiner im Velvet Room Nicht Igor, nicht Margaret Teddy Was macht der im Velvet Room? Weil irgendwie kommt er da rein Das ist mein Traum Ich sehe Wie mysteriös Es gibt so viele Dinge, die ich nicht weiß Aber ich habe etwas erfahren Und was? Ich habe immer noch das Gefühl über die ich wirklich bin Aber ich konnte nicht die Antwort Ich war kein Mensch aus dem Anfang Menschen leben in der anderen Welt Und Schäden leben in dieser Welt Aus dem Anfang Das war alles, was da war Ich war nur ein Schäden in dieser Welt Aber bei uns Da bist du wer Uns alle Sorgen Und ehrlich Ich habe etwas herausgefunden Das war alles, was da war Das war es 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 Ich habe nicht mehr Ich habe nicht mehr Ich habe das Geräusch Ich habe das Geräusch Und dann war ich hier Ich erinnere mich viele Dinge, jetzt. Mein Welt ist ein Ort, um von menschlichen Gedanken zu sein. Ein Tag, ein Schädel, in dieser Welt, erwähnt sich zu menschlichen Emotionen. Aber Menschen und Schädel sind komplett unterschiedliche Enten. Also hat er sich vergessen, dass er ein Schädel war. Er wollte ihn vergessen. Er wollte die Leute ihn lieben. Der hat er auch gefunden. Und das ist, wie er so sah. Ich bin wirklich dumm. Was die andere Teddy gesagt hat, im Endeffekt war es alles wahr. Ah, nicht wie ein dumm Bär. Es ist egal, wie viel ich mich für mich suche. Ich habe keine Selbst. Es gab keine mich zu beginnen. Ich bin nur ein Schädel, der eine andere Form genommen hat, damit die Menschen mich lieben würden. Es wäre besser gewesen, wenn ich nie erinnert hätte. Aber ich habe es gemacht. Ich bin nur ein Schädel, der eine andere Form. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin echt sorry. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin echt froh. Mein Herz fühlt sich jetzt so leichter fühlt. Ich fühle mich so schlauer. Wie ein wunderschönes Ort. Es fühlt sich so entschuldig. Es ist nicht wie meine Welt. Es fühlt sich nur so nostalgisch an diesem Ort. Ja, woran das nur liegt, ist der Platz so nostalgisch wirkt. Puh, ich weiß es nicht. Aha, aber ich frage mich, warum ich dich hier kennengelernt habe. Was soll ich jetzt tun? Aber ich weiß nicht, was zu suchen. Oder wie es zu finden. Es ist egal, wie hart ich denke. Es gibt zu viele Dinge, die mein kleines Gehirn nicht verstehen kann. Aber ich verstehe jetzt eine Sache. Ich bin glücklich, dass ich dich kennengelernt habe, Sensei. Ach, wie süß. Max Rank, Star Arcana. Woo! Jetzt können wir Helil fusionieren. Wow, f***ing gut. Der Teddy's Social Link has reached its maximum level. Schön. Aber ich muss gehen. Das ist deinem Ort. Es scheint nicht zu sein, dass ich nicht zu bleiben kann. Auf Wiedersehen, Sensei. Du denkst, was soll ich ein bisschen weg ... ... willst du denn gibst? Du bist doch jetzt nicht wirklich ... Könnte Igor nicht einfach... Was passiert jetzt? Ah, you are every inch the guest I had anticipated. Now it's time for you to return. I am even more intrigued now as to where this is all headed. We'll be waiting for your next visit. How did it go? Did you find Teddy? No, and no one seen him either. Und wir wissen jetzt auch warum. Oh, that annoying little furball. Just when we're at a turning point in the case too. We have no choice. Let's pursue Adachi for now. Wow, look how dense this fog is. It's gotten even worse than before. What the... There's this malicious aura everywhere. It feels completely different from the last time I was here. I think we'd better hurry. Give me a sec to try finding Adachi. Does this mean both this world and ours are getting messed up? Our glasses work on the fog on the other side. It can't be normal. That's right. And I heard more people are falling ill because of the fog. I wonder what's going to happen. I sense him. Adachi's definitely in here. Then who must die Sau mal? Die Drecksau. Are you serious? Which way? Hold on. So he did come to this side. Well, that settles it. There's virtually no doubt remaining that he's the true culprit. Once we capture him, solving the mystery of this world and the rest of the case can't be far behind. Then maybe we'll find out where Teddy came from too. Man, where is that bear anyway? Well, I can see for sure he's not here. And I know Adachi is here, but I can't track him down myself. Gee, Ted, why aren't you here when we need you most? This place... I see. I came back. But it really doesn't matter. I'm completely useless. Nanachime. I'm so sorry. Teddy? Oh, sweet. It is you, Teddy. See? I heard... Your voice. You said... Hang in there. I heard... My big bro... And... Everyone else too. Nanachime. Hold on. I'll get the doctor. She is just woke up. So. It seems she's asleep again. And now she's asleep again. And now she's asleep again. Um... Nanachime told me that she heard my voice. She heard me say, hang in there. It could be that her frankly miraculous recovery was because everyone's voices reached her. Even unconscious people are capable of hearing others' voices. My voice. And theirs too. Everyone. In any case. There are too many things we don't understand about her condition and what caused it. We're doing our best. But it's difficult when everything about her illness is a total unknown. Unknown. Well, if anything happens, please send for me. If I'm an unknown being, then the way I can change is unknown too. So all I have to do is make them not unknown. Nanachime's doing her best. Sensei and the others are probably fighting now too. I... I'm just a shadow. But Nanachime cheered up when she heard my voice. Nice. So what if I'm just a shadow? There must be something I can do. Yeah, hilf uns. I can't just give up thinking about things. That's why I came back here. Right, Nanachime? Hm? Was? Wie? Hä? Hä? Was denn starke Wille erlaubt ihm seine Schwächen zu... hä? Nee. Vielleicht hat es nicht irgendwas. Die Persona wurde wiedergeboren? Hm? Kintoki Dochi Utsuka Mui. Ah, ja. Interessant! Right. Ich muss zurück zu den anderen. Hinde da, Nanachime. Ich werde bald zurück. Es ist kein Problem. Ich kann nur sagen, dass Adachi hier ist, nicht seine gleiche Beziehung. Riese-chan. Wenn nur Teddy mit uns wäre. Er sagte, dass er seine Nose praktisch nicht verwendet ist?